Es war eine der dunkelsten Zeiten in meinem Leben, in der ich mich von meinem Lebensziel und meinen Träumen abgewendet habe. Fehlender Mut, auf das Falsche fokussiert, in Bezug zu mir selbst verloren. Keine Gefühle für mich oder für die Menschen, die mir eigentlich etwas bedeutet haben. Doch die dunkelsten Phasen in unserem Leben beherbergen manchmal die allergrößten Schätze. Wenn wir sie erkennen. Erkenne dich.